Guten Tag, guten Tag und guten Abend. Willkommen zu einem neuen Video von Rainbow Six Siege. Hier sind die Themen. Wird Danny eine Frostmante platzieren? Werden die gewinnen? Oder wir? Und Schabt-Coopers, seine Reinforcements zu platzieren? Dankeschön. Nein. Dicke und Studio aus Wundula-Gausel, Hamburg-Jürgen, David Berner und Danny. Wie ist das Wetter? Daniel, schieß die Drohne doch ab. Das ist sehr wechselhaft. Und kalt. Aktuell sehr kalt. Das ist eine starke Frostrechnung, glatteis. Haha, Frost. Aha, also es ist mit einer starken Frostrechnung. Was sagen Sie dazu, Dan? Ich probiere einen Kill zu machen. Okay, gut. Die Red-Quoten sind gerade 100 zu 1 für keinen Kill. Das waren die Nachrichten. Wir sehen uns dann. Nächster Film. Hint, zurück. Hint, zurück. Jetzt fehlt mir Reinforcement. Ich habe beide platziert für die Looten. Deine Frostpfeile ist weg hier, Bernie, an der Tür. Da oben geht irgendwas ab. Die ist schon drin. In der Ecke. Verliebt noch. Hat mich gerusht. Stopp the Hostiles from securing the container. Prevent further access to the biohazard container. Stopp the Hostiles from securing the biohazard container. Ähm. Natürlich kämmt da einen Skeloser Hundesohn. Vorsicht, da ist Aufgang. Fuse ist da an der Treppe. Da, habe ich markiert. Versteckt euch, versteckt euch, Jungs. Hier ist er bei Delo. Zwei Dollar gezählt. Also, bitte nicht markieren, Jungs. Dann kann ich weiter erzählen. Also, er guckt jetzt. Er guckt jetzt auf die Tür. So, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Also, er geht gerade zur Tür hin. Er muss zu der Tür kommen, oder? Das gibt es an der Tür. Das ist ein Rischchen. Nice, Bernie, schön. Und da wäre der Kitten. Gut reingebaitet, du hast ihn weggemacht. Nice. Ich habe zwar maximal verkackt. Die Reaction war auch wieder on point, aber... Schocking, track, break. Er lacht schon selber. Breaking news, breaking news. Bernie hat einen Kill geschafft. Es ist wirklich unglaublich. Die Wettpforten werden vollständig erfüllt. Wie hat er immer so lustig aus? Warten, warten, ah. Was kann man machen? Alles gut, Bernie, alles gut. Dein Hirn braucht ein bisschen länger, schneller, länger, um das in deine Hände zu tun. Daniel, willst du jetzt auch countern gehen? Nee, nee. Alle countern. Probieren wir was ganz blödes. Dass ich counter will, habe ich nie erwähnt. Jetzt habe ich den Panik-Pick gemacht auf Rook. Funktioniert. We need to protect the Biohazard Container. Secure the room. Ich reinforce wieder die... Aber was, es gibt wieder zwei Loken, ja, die ich grünen vor sich beide. Na gut. Ich glaube, der... Reinforcete random irgendwie? Keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Der steht, wir haben eine Biohazard. Ich mache nichts. Dann gebe ich ihm gleich einen Headshot. Ich glaube, der ist sehr kontraproduktiv. Random reinforce here. Random reinforce here. Oder here. Oder here. Random reinforce. Random reinforce. Ich werde dich wieder offen lassen. Er ist rausgelaufen. Ich werde gerade selbst. Nein, warte, warte. Ich werde nicht da raus. Er hat nichts reinforced und das Original rauskratzt. Also so wie ein Ranking-Pick gemacht. So wie es sein sollte halt. Completely random. Ich muss mal die abräumen. Hui. Aber er macht Geld. Immerhin. Das hört es gar nichts. No, da, da. Jakal, ich habe dich schon markiert für dich, Puls. Hier ist Sledge. Die sind doch zur Treppe. War das der auf der Treppe, Cooper? Ja, da sind zwei auf der Treppe, oder? Einen hab ich schon. Einen Ledge hab ich getötet, ja. Und ich hab so hart verämt, ich hätte das Ledge und so viel töten können. Das war richtig Nubi, muss ich zugeben. Ich hör hier noch rumgelaufen, also krasses Rumgelaufen. Vielleicht über euch, ganz über euch. Nee, ich glaub, es war nicht Puls gerade, tatsächlich. Oh, Maverick, Maverick, Maverick. Ja, Maverick hinten. Wo? An der Reinforcement. Hinten am Schalter. An dem Zentralkonferenz rum. Ja, Puls geht da gerade hin. Hä? Warum hab ich ein Teamgerät zerstört? LOL! Ich hab das Schild zerstört, weil ich da draufgelaufen bin? Es ist unter mir... Es ist einfach unter... Ich bin original von der TX. aufs Schild gelaufen, ohne dass ich's gemerkt hab. Und es ist unter mir kaputt gegangen. Der fette Versuch. Das haben sie mal von der Weide gemacht, um X-Plots zu verhindern. Dass du, wenn du halt versuchst, auf dem Schild zu steigen, so quer, dann geht's kaputt. Soll. Ach komm, passen wir uns der Map mal an, ne? Ja, passen wir uns der Map an. Ruski, Ruski! Was meinst du damit, passen wir uns der Map mal an? Ja, weil ich... Daniel hat den Operator aus der Season genommen, wo die Map rausgekommen ist. Was meint er damit? Die kanadische Map aus der Kanadischen Season? Hallo, er hat... Ich hab grad gedacht, Daniel spielt Finca und ich denk so, hä? Ne, ich hab gesagt, ich spiele Ruski, Ruski. Ja, ich war grad... Ich hab mich grad immer verguckt. Deswegen, wenn noch jemand anders Fett gespielt, dann denkst du, das ist die ganze Zeit das Bernie. Aber ich nehme mir wer anders. Nein, bitte nicht. Ist das irgendwer anders? Die sind cooler. Ja, das war, glaub ich, der Witz von Ben. Na, der Mute. Ja, in the Kitchen. Hatten wir von irgendwer anders den richtigen Namen? Ja, irgendwer anders. Pädow anders. Pädow-Andi nennt man ihn. Ne, das ist los. In den Fachkreisen nennt man ihn Pädow-Andi. Wieso? Pädow? Ja. Pädow? Nein. Uuiuiuiui. Koba's Braint. Boom, 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 boom. Uuuuuuuuh. Wieso nicht... Pädow-Peter. So, jetzt hab ich's mal. Da, da ist kurz mal die Äxte abgestürzt. Nö, 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 wo gehen wir denn mal an? Andy, warum hab ich da gepre-fired? Ich weiß nicht. Das ist ein beliebter Ort zum Spawn-Cain. Ja, das war jetzt noch Beren-Idee. Wieso wartest du denn, Junge? Geh mal ganz oben rein. Man weiß das jetzt. Dann weiß er jetzt. Ja, dass er Luis war. Oh Gott. Leider, ich hätte dich fast abgeknallt, wenn ich das so beteilige. Ja, ich seh auch fast so aus. Ich hab einfach nur eine Person da gesehen. Das ist der Meistrop-Hemp. Oh ne, ist noch einer. Oben ist ein Casino. Einer ist im Flurgang. Oh, danke, wer mich auch immer gerettet hat. Leute, da ist noch einer. What the fuck? Maverick ist in dem Nebenraum gewesen. Frost im Casino oben. Da ist wahrscheinlich eine Frostfalle hinter. Ach, der ist so gut, der Typ. Er sichert in der Frostfalle liebend. Ich schaff's. Was ist die Frostfalle? Das ist dein Ernst. Guck mal. Das ist dein Ernst. Oh mein Gott. Ihr seid so ne Kacken. Das waren die offensichtlichsten Fine ever. Hinter nem Schild und unter der Luke. Oh. Wie kann man so scheiße sein? Das war geil. Ich fand's gut. Wie kann man so kacke sein? Oh mein. Du kannst keine mal zählen, ey. Penny, du bist nicht mehr der schlechtesten Spieler der Welt. Die hast du aufall auf so 300 Jahre gesehen, als du runtergefallen bist. Ich hab's nicht nach unten geguckt. Ich hab nach vorne geguckt. Deswegen hab ich sie halt nicht gesehen. Oh. Das ist natürlich doof. Deswegen. Ich hätte natürlich... Hätte ich nach unten geguckt, hätte ich halt drauf geschossen. Aber ich hab halt gerade ausgeguckt, weil ich wusste... Ich wusste, dass die Frost von der Treppe runtergeguckt. Als hab ich sie gerade ausgeguckt, um sie halt jetzt abschießen zu können sofort. Das war die beste Zeit. Guck mal, schaut immer nur nach vorne. Ja, das ist doch nicht gut. Immer mal wieder Küche. Ne, sind sie nicht. Können sie dann. Können sie. Können sie wohl. Das ist Red... Das ist ähm... Das ist ähm... Catery. Dribben, nein. Dribben, nein. Lass mal ihn mir drüber ran gehen, bitte, bitte, bitte. Bitte... Uaaaaa 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 Parkour... Huaaaaa Alter, Junge! Meine Ohren. Huaaaaa Meine Ohren hat sich kapaziert, Junge. Nein! Ich hab grad Parkour gemacht, man. Haltes Maul. Du darfst egal... Ja, nee da hab ich geprefylt, weil da Spawn ging... Ja... nice prefylt. Hahaha... Ich bin mir schon acht Jahre da vorm Fenster und pre-firet dann erst loll. Ich bin pre-fire? Copacabra hat auf mich geballert? Hm? Ja. Norris Knoppern, das ist mein Motto. Und ich wurde entdeckt, das ist natürlich kacke. Guten Tag, geht's mal zu Hause? Ist da einer drin gewesen bei dir? Wie hast du das überlebt? Ich weiß es nicht. Liesch' mir da unten... Du kannst... warte, 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 warte Liesch' mir unten in der Ecke, Copa, da. Also ganz rechts in der Ecke, wenn du im Fenster reinspringst ... Oh mein Gott. Ja, nice Cooper. Nice Call, weiß ich. Danke, Junge. Ich wusste schon, dass er da ist. Ja, okay. Trotzdem, danke. Nice Cooper. Ach, das ist Cooper. Ich wollte da verschließen. Hau mal. Hau mal. Kobe. Kobe, irgendwo? Hier, ich grunde ihn aus. Rest in Peace. Ich habe ihn schon ausgedreht und da hinten. Na, jetzt ist er immer noch da. Oh, ups. Danke, Daniel. Entschuldigung. Oh Gott, da kommt keiner. Na, jetzt ist er immer noch da in der Ecke. Danke. Ja, der Noob, ne? Ja, der Noob. Ja, komm. Du, wir hätten auch schon eine, die Runde hätten wir uns auch schon sparen können, du Fotze. Halt's, Mauer, Alter. Oh, die Gasmaske-Frau. Ja. Na, Leute, ich bin gerade in China unterwegs. Wann ist es denn schon eine Frau? Oh, ich weite, ich weite die hinten. Der meinte Finke. Achso. Ja. Dann würde ich sagen, Cooper, viel Glück. Viel Glück auf deinen Wegen. Der Noob macht jetzt die Abmod. Hör, bitch. Na, kassel. Der Mute? Der Noob. Der schlechter als Pernius. Macht jetzt die Abmod. Pernius. Bis dann. Und ciao. Jetzt dürfen die Zuschauer sich so noch...